Die Horde! Was ist das für ein Geräusch? Shando, die Horde nähert sich von Norden! Norden? Wie sind... Ah, sie sind über die Berge des Teufelswalls geklettert. Natürlich, die Irwische. Sie sind verwirrt. Die Barriere bricht zusammen. Hordetruppen nähern sich Lordanell. Champion, zu mir! Wie kann ich euch behilflich sein? Das ist ein Geräusch.